Wir sind heute jetzt einmal auf dem Weg nach Göteborg rein. Wir haben alles gepackt, haben uns mit mit den Public Transportkarten ausgestattet und wollen jetzt vom Campingplatz mal in die Stadt erkunden. Wir sind nämlich gestern Nacht schon hier angefahren und dachten eigentlich, wir könnten so ein bisschen uns irgendwo hinstellen und das war so ein Albtraum. Wir sind bis um eins nachts durch die Gegend gefahren und haben nichts gefunden, wo man sich einfach mal hinstellen könnte und sind jetzt außerhalb ein bisschen auf dem Campingplatz. Und es ist auch das erste Mal, dass ich mich so ein bisschen unsicher fühle, mich einfach hier irgendwo in so eine große Stadt zu stellen. Wir waren wirklich in den zwei Wochen vor Ort nicht einmal irgendwie auf dem Stellplatz oder Campingplatz immer frei gekämpft, aber in so einer Stadt ist es da doch irgendwie ein bisschen, ja, fühlt man sich nicht ganz so sicher. Deswegen haben wir jetzt mal einen Campingplatz genommen mit Spielplatz, das ist auch schön. Wir müssen hier noch die S-Bahn suchen, die Tram noch suchen und dann gucken wir, wie das so ist. Wir versuchen gerade herauszufinden, auf welcher Seite wir fahren müssen, ob da drüben oder auf der Seite. Oh, wir müssen auf die andere Seite. Es war ein sehr holpriger Start und wir standen natürlich auf der falschen Seite vom Gleis. Anna musste noch mit mir über die Schiene rennen, dann ist Anna Lui noch hingeflogen und wir sind gerade noch in die S-Bahn reingekommen. Kann nur größer werden. Jetzt sind wir auf jeden Fall in der richtigen Bahn auf dem Weg zur Central Station. Für die Kinder ist die Fahrt der S-Bahn jetzt schon die Hauptattraktion gerade. Sie sind total begeistert. Gucken, was alles draußen los ist. Ist auch nicht schlecht. Man kriegt schon mal so einen ersten Eindruck immer von der Stadt. Katrin ist bei uns der Navigator und ich stehe meist nur nebendran und hoffe, dass er bald herausgefunden hat, wo es hingeht. Weil so Karten und so sind nicht meins. Was ist deine Aufgabe? Film. Ah ja. Du musst diesen tollen Film hier erzeugen. Ah ja. Du musst die Karte abfilmen zum Beispiel. Ist auch nicht schlecht mit dem Paddelboot. Der Wagen ist selbstständig. Der fährt ganz von alleine. Komm her, Kinderwagen, komm. Toll, oder? Guck mal, der kommt alleine hierher. Stopp, stopp, stopp. Siri, stopp. Okay Siri, weiterfahren. Das funktioniert echt gut, diese neuen Kinderwagen mit Selbstlauffunktion. Doch ich kann es. Aber man muss schon sagen, die Schweden sind schon ein sehr gut aussehendes und gut angezogenes Volk. Also egal wie man hier sieht, sind immer gut angezogen und immer schick. Egal ob Freizeit oder Business. Ute mot havet och resten utav världen. Den här lilla senare. Det mest... One of the biggest co-stuffs in the world. I don't know. So, du är ute på kanalen. We're out of the canal. Och vi kollar till. Egen alkohol. Som står och pekar ner på någonting. Der ist jetzt Kopfhöhe. And right here. Ja. Här utbildade man även Finlands första kvinnliga matrons. Wenn es ist. Wenn es ist. Du musst uns jetzt alle abducken. But seriously, you need to stay down. Guckst, dass andere nicht aufstehen, Benni. Andere runden bleiben. Ja. Perfekt. And please stay down. Because after the hairdresser, we of course have the hairdryer. Da ging eine sehr schöne Stadtrundfahrt zu Ende. Also ich muss sagen, Göteborg ist definitiv eine der schöneren Städten. Ganz tollen Flair. Tolle Architektur. Und richtig chillig hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Video gestern aufgehört hat, ehrlich gesagt. Wir waren in Göteborg auf jeden Fall. War super schön. Also eine ganz entspannte Stadt am Wasser. Sehr chillige Leute. Sehr schicke Leute. Ganz coole Bars. Also so eine Stadt, wo ich mir echt, könnte ich mir echt vorstellen, da zu wohnen. Das ist schon so am Wasser auch. Also richtig, richtig coole Stadt. Lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Jetzt machen wir gerade unser Wohnmobil sauber. Katrin ist duschen. Die Kinder spielen hier drüben auf dem Spielplatz. Wir haben nämlich einen super Platz hier erwischt. Also wir haben uns direkt gefragt, ob sie neben dem Spielplatz einen Platz frei haben. Und deswegen kann man direkt hier drüben die Kinder spielen lassen. Das ist eigentlich das Beste, was man machen kann auf dem Campingplatz. Direkt am Spielplatz zu buchen, zumindest mit Kindern. Und jetzt machen wir noch ein bisschen sauber. Aber es ist echt praktisch. Es ist echt praktisch, wie schnell man so ein Wohnmobil sauber gemacht hat. Weil man hat irgendwie nur gefühlte vier Quadratmeter Bodenfläche, die man durchkehren muss. Alle Sachen wieder an Ort und Stelle bringen. Also wenn man wenig hat, hat man auch nicht viel aufzuräumen. Das ist zu Hause ganz anders. Wenn man da mal eine Woche lang alles so ein bisschen schleifen lässt, dann sammelt sich da doch deutlich mehr an. Das ist immer schön am Wohnmobil. Geht fix. Das sind übrigens hier die Kunstwerke von unserem Urlaub bis jetzt. Falls sich jemand wundert, die haben wir hier so drangemacht. Irgendeinen regnerischen Tag sind die Kinder. Ist Moritz kreativ geworden? Der malt ja eigentlich nie. Aber plötzlich hat er angefangen, hier ein Bild nach dem anderen rauszuhauen. Er hat wirklich so die Urlaubsstation nachgemalt. Fand ich eigentlich ganz süß. Er hat irgendwie einen Steg mit Sandkorb gemalt hier. Hier hat er gemalt. Das war das Feuerwerk, die erste Nacht, wenn wir das Feuerwerk hatten. Hier an dem Hochhaus stand. Er hat wirklich genau die Szenen nachgemalt. Das waren die Zelte, wo wir drüber geguckt haben. Da waren wir richtig stolz. Jetzt machen wir noch fertig, schnell sauber. Ich will dann auch noch duschen, die Kinder noch duschen. Checkout sind wir sehr knapp dran. Wir sind jetzt eigentlich schon Checkout-Time. Aber so eine Stunde haben die da immer noch gut Toleranz. Deswegen müssen wir jetzt ganz schnell duschen und dann los Richtung Malmö schon wieder. Weil morgen Nachmittag unsere Fähre fährt nach Deutschland schon wieder. Da ist es schon wieder vorbei. Und unterwegs wollen wir noch so ein, zwei Punkte vielleicht anhalten. Wichtig ist, dass die Anna Loni heute Mittagsschlaf macht. Weil die ist leider ein bisschen krank geworden. Die hatte jetzt Schnupfen seit gestern und Halsweh gehabt. Deswegen der würde es mal gut tun, wenn sie heute während der Fahrt dann mal eins, zwei Stunden schlafen kann. Dass sie sich ein bisschen erholt. Und dann sind wir morgen Abend schon wieder in Deutschland. Morgen Nacht um eins. Naja, so schnell geht es manchmal rum. Und mit der Gefahr in den Zeitplan zu sprengen, wollte ich jetzt trotzdem mal den Moritz mit seinem Rennauto da drüben überraschen. Ich dachte mir, es wäre doch schön, wenn sein ferngesteuertes Auto ihn mal auf dem Spielplatz besucht. Und mal gucken, wie er reagiert. Jetzt gucken wir mal, ob wir den da vorkriegen. Da fahren wir hier rein. Jetzt habe ich schon jede Menge Kinder hinter mir. Überraschungen waren voller Erfolg. Die Kinder waren begeistert. Jetzt haben sie Moritz' Steuer übernommen. Ich hoffe nur, dass er überlebt da drüben. Annaloni hilft mir jetzt noch ein bisschen beim Aufräumen, beim Putzen. Ja, putze, putze, putze. Wir sind jetzt mittlerweile aus Göteborg wieder raus. Wir waren ein bisschen zu spät mit dem Checkout, zwei Stunden drüber. Aber die waren sehr kulant in dem Campingplatz. Irgendwie schaffen wir das nie wirklich pünktlich, den Checkout zu machen. Übrigens, wenn ihr jemals nach Göteborg kommt, das hat so ziemlich die schlimmste Verkehrsführung, die ich je erlebt habe. Also wir sind einmal nachts hier rumgeirrt und dann tagsüber. Also es ist wirklich nicht schön zu fahren im Auto. Aber es ist eine ganz tolle Stadt, ganz tolle öffentliche Verkehrsmittel. Deswegen braucht man eigentlich gar kein Auto. Ja, und jetzt rollen wir Richtung Malmö. Noch eins, zwei kleine Stopps, eine Nacht noch übernachten und morgen geht es mit der Fähre dann wieder nach Deutschland. Ja. Checkt gerade das Wetter in Deutschland. Und wie ist das? Besser als hier. Echt? Das ist gut. Ja. Aber hier ist gerade auch schön. Hier so typisch schwedisch. Ja. Tolle Wolken und zum Glück trocken. Genau das hier wollen wir uns angucken, glaube ich. Das ist so ein altes, tolles Landhaus-Burg-Schloss. Hier gibt es einen Staubsauger, der eine Tonne wiegt. Das hat mich irgendwie überzeugt. Das ist die einzige Haushäligkeit, die du machst. Ja, die hatten schon ganz früher ganz viel Luxus hier. Tschüss, schöner, ein Tonnen schwerer Staubsauger. Liegen ab. Tschüss Schweden. Tschüss Schweden. Wiedersehen Schweden. It was a very nice pleasure here with you. Bye bye Butterfly. Bye bye. Wir haben das erste Mal eine Kabine auf der Rückfahrt in der Fähre. Bei uns kommt so ein bisschen Kreuzfahrtstimmung gerade auf, weil, ich weiß nicht, ich hätte nicht gedacht, dass die so groß ist. Die Kinder sind ganz aufgeregt über die Betten und all den Luxus, den wir hier an Bord haben. Kühlschrank. Boah, ich bin einfach nur müde. Wir haben jetzt hier tolle Betten, aber die Fähre fährt nur bis 0.45 Uhr. Also irgendwie so wirklich lohnt sich da nicht zu schlafen, aber wir sind so müde jetzt schon. Jetzt entweder die Option wach zu bleiben. Es gibt nämlich auch eine Sauna. Oder ob wir jetzt nachher uns mit den Kindern ins Bett legen. Mal gucken. Und Dänemark haben wir schon hinter uns gelassen. Dänemark sag ich schon Schweden. Wir sind gerade mit der Brücke durchgefahren. Hier hinten sieht man sie noch. Da. Das ist die Brücke nach Dänemark, oder? Das ist die Örezeit. Hä? Ja. Das ist die Möhrebrücke. Da gibt es Windräder mitten im... Also im Meer ist ja schon cool. Das hat schon was hier mitten auf dem Wasser. Mitten auf dem Wasser mal so ein eigenes Peck mit dabei ist schon cool. Ruhe jetzt! An Bord! Wenn der Käpt'n spricht. Welcher Käpt'n? Das muss man mal sagen. Ja. Was hast du gerade gesagt? Ich mach jetzt weg. Klar Schiff machen. Wie weißt du das? Du hast gesagt klar Schiff machen. Ich finde euch lustig. Dann mit einem etwas traurigen Blick zurück nach Schweden ist jetzt unser großes Schweden-Abenteuer auch schon vorbei. Ging dann doch schneller als man denkt. Aber wie sagt man vor dem... Nach dem Urlaub. Ist vor dem Urlaub. Also wir hatten wirklich eine ganz ganz tolle Zeit in Schweden. So zusammengefasst würde ich sagen, das schönste an Schweden war die Menschen. Die waren unheimlich nett, kinderfreundlich, offen. Irgendwie ein ganz toller Schlag Leute. Ob Schweden das schönste Land der Welt ist, wie es schon die Ärzte früher gesagt haben, lässt sich streiten. Aber es ist schon mit ganz vorne dabei auf unserer Liste auch. Haben wir hier einen Feueralarm? Jetzt, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, dann müsst ihr jetzt eigentlich nur noch den Like-Button klicken, unseren Kanal abonnieren und aufs nächste Video warten. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.